hey leute sonntag war soweit das jahr ging los mit einem paukenschlag das rocket finale auf euroskat und skatinsel über 130.000 euro wurden unter das skat spielende volk verteilt ich natürlich mit dem mann dabei und ja steigen wir direkt ein in die erste serie von fünf den modus das seht ihr dann auch hier wenn ihr es noch nicht kennt also es werden fünfmal 24 spiele gemacht es wird maskiert gespielt also du weißt nicht wen du da am tisch hast ja und dann lassen wir hier mal so ein bisschen die karten sprechen natürlich so ein bisschen aufregung ist dann schon dabei wenn es mal um so viel geld geht der sieger also gewann über 16.000 euro und ein feld von 111 startberechtigten qualifikanten hat sich also hier um diesen jackpot gebalgt ja und gut aufgeregt ein bisschen sind sicher alle aber das ist ja auch sowieso egal ob du beim skat um ein fünfer spielt oder nur um knopf oder eben mal um dieses hier es gibt es ja immer so ein bisschen es macht einfach spaß und es ist einfach spannend was der skat gott einem so quasi für einen vorbereitet hat also schauen wir hier mal rein in die erste serie ich habe hier gleich im ersten spiel mal ein bisschen frivol schon mal angetestet also man muss hier nicht unbedingt null halten denn damit habe ich mich letztlich schon festgelegt dass ich irgendwas in kreuz dazu finden möchte bin aber tatsächlich eben auch für 24 nicht reingekommen bzw auf 24 habe ich dann gepasst nachdem auch klar war mittelhand will keinen null spielen so jetzt macht er ein herzlos hier den karo könig trägt er ab können man zwar eine schmierung dazubekommen aber die frage ist ja doch wird wohl noch diesen diese beik hat den peak haben und ja ganz offensichtlich mit dem peak ass ist er einfach dann zu stark karo ass dabei peak ass dabei also trumpf ass auch noch hier logischerweise ganz einfach gewonnen auch nichts im stock also ich kann froh sein dass ich das spiel nicht bekommen habe anders natürlich als bei diesem hier das ist natürlich im zweiten spiel ein sehr starker ansatz da wollen wir auf jeden fall ran und ich denke mal wenn wir es für peak hand nicht bekommen ja ich würde sagen durchziehen das muss ein krank werden und naja also was es geht doch wohl jetzt hatte ich ihn erst so in der hand um möglichen abstich des kreuz asses zu unterbinden es geht ja hier jetzt nur noch um schneider oder schwarz quasi dann habe ich es doch wieder andersrum gedrückt denn ich denke mir wenn der peak könig zu dritt steht und ich habe einen peak im keller dann kann ich so lange erstmal buben und meine vollen spielen dass vielleicht doch jemand sich vom peak könig zu dritt trennt jedenfalls eher als wenn ich noch zwei peak luschen mit habe also kreuz ass dann doch oben behalten und das war auch nicht das problem wäre ja auch schon sehr selten dass fünf mal kreuz vorne sitzen und dann abgestochen wird also hier ist die peak dame und damit habe ich gleich mal eine richtige hausnummer hingelegt gerang mit drei schneider schwarz das natürlich ein schöner start und das macht auch für so ein turnier natürlich viel aus so ein bisschen wenn man diese fetten spiele oder die leichten spiele erst mal am anfang bekommt dann kann man hinten raus dann auch ein bisschen ja defensiver sein wenn man schon mal so ein paar punkte auf der uhr hat man gewinnt erstmal so eine kleine sicherheit dass die karte ein heute vielleicht günstig gewogen ist ja also schön so ein start hinzulegen und jetzt natürlich hier kann ich nicht viel falsch machen spieler eins macht den krank gut hier mein partner schnippelt zu befürchten dass karo 10 gedrückt ist ist ja ein klassiker im ersten stich ja wenn er den mitnimmt haben wir halt elf augen mehr und gut es wird jetzt wenn ich mich noch richtig erinnere ja so ist es auch es erweckt jetzt hier leicht den anschein denn so gut war dieser gang gar nicht dass das hier entscheidend war aber sehr wahrscheinlich war es das doch nicht denn der allein schwer hätte sonst nicht noch leere züge machen müssen sondern direkt mit peak antreten können dann hätte ich fertig peak noch bedienen müssen also wahrscheinlich auch wenn mein partner karo as raus nimmt selbst wenn er ihn dann mit dem peak boom zurückschiebt was das optimum gewesen wäre kann ich normalerweise dann auch nur eine von beiden peak luschen abtragen wer ist normalerweise also auch nicht für uns zum hätte es nicht zum sieg gereicht aber naja ganz genau weiß man natürlich nicht was spieler eins dann getan hätte so jedenfalls waren wir gut raus so wir sind im vierten spiel ich habe immer hier die möglichkeit jetzt das natürlich noch mal anzuhalten und nachts ich kommentiere dass hier nach ist nicht live logisch ich brauchte meine konzentration aber ich versuche mal nicht zu viel hier in den flow einzugreifen bisher also alles genau in dem tempo wie hier auch gespielt wurde so spieler eins hat den nächsten krank fängt an abzutragen ja gut sehr wahrscheinlich jetzt ein starkes spiel wo es nur um schneider frei geht oder beziehungsweise für den allein spiel um sieg schneider frei sind wir jetzt aber ja wann trägst du bei 18 beim gang erst mal auf auf elf augen ab klar kontrollierte abwurf von drei faulen und dann noch aus aus zehn lusche weil sowieso alles geklärt war krank mit vieren so und ich bekomme ihn und ich finde hier kreuz bube ja das spiel kann man natürlich bei 18 auch als gang machen da würde ich dann eher herz 10 und kreuz 10 drücken und drei asse kreuz bube plus die 20 gedrückt würde reichen aber man muss natürlich sagen das ding hat an sich kein kein sicherheitsnetz wenn das pikass jetzt gestochen wird zum beispiel dass so die hauptgefahr und dafür war mir das spiel irgendwie zu stark also gerade am anfang von zum turnier sich jetzt völlig unnötig hier quasi die kugel geben mit einem krank den man nicht mehr spielen muss das war mir irgendwie auch zu wild schneider ist er nicht geworden dafür war der aufschlag für mich quasi ungünstigsten mit karo krank wäre auch gelaufen aber gut man kann ja auch mal kleines brötchen backen und erst mal ein zweites gewinnspiel hier einfach so da die kreuz 8 eröffnung sehr wahrscheinlich aus dem drilling ganz typisch deswegen schnippel ich hier mit der dame um natürlich noch den stich gegen den könig zu machen jetzt ein schub ins herz ass möglichst den alleinspieler nicht noch irgendwie abwerfen lassen dass er nicht den kreuz könig ab werfen kann ja und das ist hier ein bisschen enttäuschend muss man natürlich sagen dass alles was mein partner hier noch zu geben hat ist tatsächlich eine dame so dass wir trotz dieses schnittes schnittes hier bei 30 augen stehen bleiben aber guckt euch mal diese batterie an spieler 1 muss man sagen jetzt nach sechs spielen hat also auch richtig gutes material ein traum krank erst einen mit vieren jetzt ein mit zwei schneider also ja kann sich bisher höchstens spieler 3 könnte sich jetzt ein bisschen zurückgesetzt fühlen und jetzt versucht er das auch zu ändern und startet mit einem karo gut mal gucken ich habe vier dagegen aber da geht der mit der dem kreuz erst so schnell ran obwohl die 10 hinten blank ist das ist natürlich glücklich von ihm getroffen hat er die dame könig gedrückt nein hat er sogar noch in der hand ja das war natürlich eine sehr glückliche entscheidung mit als könig dame kann man natürlich auch mal auf den trichter kommt zu schnippeln soll ich versuche ihn jetzt möglichst erstmal anzuspielen damit hinten raus nicht irgendeine trumpfgabel möglich ist so und jetzt muss ich mich natürlich doch entscheiden er hat fünf trumpf offensichtlich er hatte die drei kreuzen oben ich habe eine peak gesehen hat er jetzt quasi ein und eingedrückt dass er noch ein peak oben hat also peak ass hatte ich herz ass hat mein partner oder hat er jetzt doch zwei peak oben das ist jetzt quasi schon die entscheidende szene denn wenn ich jetzt falsch treffe dann kann er stechen die andere farbe wieder rausschieben und hat dann die trumpfgabel gegen mein peak boom ich habe gesehen er hatte peak mein erster instinkt hat mir gesagt er wird jetzt bei dem blatt vielleicht dann doch zwei herz gedrückt haben und zwei peak drin haben genau weiß man es natürlich nicht also deswegen habe ich jetzt hier peak weiter gespielt und zack war es verkehrt war es verkehrt und jetzt kommt genau das was ich angekündigt habe jetzt kann er den herz wieder rausspielen ja und was war der grund er hat 20 augen gedrückt jeweils eine lusche in der hand und wir hätten halt jetzt hier ein stich mehr machen können karo dame peak könig mein bube und es sind genau 69 also genau neun augen waren mehr drin wenn ich jetzt das händchen habe im achten stich was der achte oder der siebte jedenfalls die richtige farbe zu treffen aber wie gesagt so ganz klar war die geschichte natürlich nicht wie er gedrückt hat aber vielleicht die erste kleine zumindest unglückliche entscheidung so geht weiter mit einem karo also spieler werden wir spieler eins und ich hier uns mit schönen grangs an päppeln auf päppeln muss sich spieler drei hier mit schlechten karos über wasser halten ich meine da kann das spiel immerhin eben noch auf niederlage stehen obwohl er 20 im keller hat und im ersten stich allen ernstes ass und 10 in kreuz einsammelt so hier bin ich der meinung er muss zwei er wird zwei erste blank haben und diesen drilling in herz das macht ansonsten keinen sinn ich glaube mein partner hat es auch geblickt bietet hier die kreuz 10 nicht an sieben augen reichen ja spieler drei könnte jetzt herz abwerfen dann würde als nächstes hoffentlich peak 10 oder kreuz 10 an bord kommen dann verbrennt eine 10 meine 10 oder eine andere aber alles kriegt er nicht und das müsste für uns ganz frei ganz einfach reichen mit meinen vier trümpfen hier das spiel ist dann doch eine ecke zu schlecht also so schätze ich es ein er sticht jetzt auch ja gut jetzt habe ich abzug und dann holen wir uns den herzkönig noch im letzten stich alles wie vorhergesehen also den hat er klar verloren also bei spieler drei ja zwei mal einfach karo spiel sieben und acht ein gewonnen ein verloren das ist quasi jetzt kein guter start aber so ist es nun mal wie beim skat so und natürlich bin ich interessiert vier trumpf dagegen aber mein partner lässt mich dran jetzt haben wir wieder diese ausspiel geschichte soll man nun mit vier trumpf nicht den blanken ich spiele ihn doch häufig ist es doch das richtige und schaut mal wie ich das schon wieder wie das schön getroffen ist 4 14 38 ich glaube guck mal und damit ist ja wohl alles klar hier hat er noch ein abzutragen jetzt stehen wir schon auf 48 ich habe hier noch trumpfstiche nehmen natürlich mit mein partner kommt auch noch rüber war vorherzusehen jetzt stehen wir mitte 50 herz bube macht noch ein stich also kein problem das spiel war so halt auch nicht zu gewinnen also spieler eins kommt immer wieder ein bisschen entgegen und ja 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 da ist es doch das sieht aber aus wie drei stiche in der abgabe ich denke den kranken kann man mal losmachen auch wenn im zweifel die pik 10 in der abgabe ist und karo könig dafür haben wir ja in vorhand die kontrolle können den buben holen können erst das blanke herz abziehen können dann erst mit pik könig gucken und wenn der verweigert wird die pik 10 raus schieben dann können wir immer noch ein bisschen steuern mit als lusche und als könig also ich glaube ich weiß nicht ob der unverlierbar ist bin als auch ein bisschen denkfaul in jeder konstellation aber auf jeden fall erscheint ist ausgesprochen schwierig den zu schlagen auch wenn da so eine farbe schon mal ganz lang steht guck mal da sind erst 18 gefallen in pik dann nehmen wir jetzt einfach hier den kreuz könig mit ziehen die pik 10 ab dass wir nicht eingespielt werden können kreuz wieder raus kommen wir wahrscheinlich schön in hinterhand und dann kann hier auch nichts mehr passieren auch wenn sie schon 38 liegen haben mehr gibt es dann auch nicht karo könig wäre ich jetzt hier immer entsprechend los geworden also ein gerangen hand das ist natürlich erfreulich nicht viele spiele bisher naja bei zehn sind drei schon ganz in ordnung aber vor allen dingen sehr schöne spiele so hier sind wir jetzt auch schon so ein bisschen im gelben bereich mal wieder hier die 20 drei zwei buben zwei asse zwei möglichkeiten den sechsten trumpf zu finden und jetzt läuft mir spieler eins hier in meine fünf trümpfe beim kreuz und ich bin eine farbe frei also und mein partner sticht noch die trump 10 heim ich glaube dass spiel können wir hier nach dem dritten stich erkennbar auch schon abhaken da wird er den nächsten vielleicht wieder gewinnen mal gucken aber herzen nach oben hat mal gucken ob es vielleicht sogar nur in vier trümpfe ist und mein partner noch mal stechen kann nee das ist nicht der fall ja also wahrscheinlich glücklich dass ich nicht reingekommen bin und ja diese 20 die sind eben auch schon so ein bisschen grenzwertig aber natürlich zwei asse zwei buben zwei schenken den sechsten trumpf zu finden du sagst typischerweise noch ein bisschen bisschen machst du den schnabel noch auf kreuz 10 kreuz 8 hätte mir auch gepasst als sechster trumpf aber dann wäre ich gegen alle trümpfe gelaufen also war wohl besser so und jetzt haben wir wieder zwei bauern drei asse und da liegt der alte es fühlt sich an wie ein lauf es fühlt sich an als geht hier alles auf schienen die anderen kriegen die spiele die dann auf tot stehen ich krieg die spiele wo der alte liegt oder ass und bauer habe hier den nächsten fetten krang gucken wir mal geht ja nur sehr wahrscheinlich geht es hier um schneider also auch der ist nicht unverlierbar wenn es einen abstich gibt direkt zum beispiel aber das wollen wir nicht hoffen und das erwarte ich jetzt auch nicht ohne reizung wenn also herz glatt steht und piekt dann ist jetzt hier ein schneider drin einschub in den buben okay dann würde ich sagen nehmen wir den nächsten möglichen einschub raus das blanke ass weg und dann gucken ja gut also herz steht zu dritt dann ist natürlich kein schneider möglich piek steht vielleicht dann auch noch zu dritt das ist jetzt natürlich alles kein problem verlieren können wir nicht jetzt den herz könig abwerfen so günstig werden wir ihn sonst auch nicht mehr los vielleicht immer noch ein piekstich ab aber das spiel ist gewonnen also noch ein gang mit zweien und nach zwölf spielen muss man sagen also genau so so nicht anders habe ich mir hier den start in dieses turnier erhofft muss auch sagen jetzt noch nicht die krass schwierigen entscheidungen hier an sich so ganz easy manchmal ist das spiel halt auch ganz easy ja und dann kommt man mit solchen halbseidenden dingern auch gar nicht erst in versuchung sollte man sich sowieso verkneifen aber ich kenne genug spieler die dann solche sehr sehr halbseidenden spiele vielleicht die 30 40 prozent schenks haben trotzdem nehmen das haben wir hier zum glück nicht nötig so und jetzt muss ich mir doch mal überlegen wie spiele ich weiter warum übernimmt mein partner nicht ich glaube der hat irgendwie den kreuz buben und jetzt wollte ich natürlich da was sehen und ich habe mich hier wahrscheinlich mit diesem trumpfzug dann doch ein bisschen selbst umzingelt nehme jetzt mit ja und ich glaube da haben wir es er hat den fünf trümpfer mit vier mal karo dabei hat den fünf trümpfer vier karos dabei eine kreuz also auch gar nicht so stark das ding in hinterhand blankes einspiel kam ihm in dem fall gelegen und jetzt auch vor allen dingen dass ich den trumpf darüber gespielt habe wenn ich da kreuz ich meine muss ich natürlich auch drauf kommen kreuz ass wäre die richtige gewesen herz 10 wäre vielleicht auch noch möglich gewesen fahren wir natürlich besser zweite trumpfrunde kann er sich wird er wohl spielen müssen und dann geht ihm ich glaube dann kommt dazu kurz und wird das spiel im zweifel verlieren also aufschlag ist immer so eine geschichte manchmal ist blank cool und dann gibt es so genau diese eine konstellation wo der allein schwer wirklich auf eine lange farbe sein spiel aufgebaut hat und sonst vielleicht ein bisschen kurz kommt wo es dann eben nach hinten losgeht im mittelwert denke ich ist das aber eine statistisch also eine gute spieleröffnung ja alle situation kann man nicht abdecken hier sehen wir ein sechstrümpfer offenbar noch mit peak ass deswegen ziehe ich jetzt direkt auch karo 10 ich muss gucken was der noch dabei hat andererseits wo er mein partner jetzt karo nicht direkt raus nimmt und hatte ich jetzt irgendwie auch nicht mehr das gefühl das ist noch was bringt direkt kreuz ass hinterher zu ziehen das war also auch wieder ein sehr gutes spiel ja und das vielleicht schon eher eine karte die ich sonst auch mal geneigt bin 18 zu bieten habe ich mir hier aber aufgrund des sehr guten zwischenstands auch verkniffen wir haben auch eine reizung wieder am tisch also vier trümpfer ohne drei in mittelhand brauche ich im moment nicht eine farbe angetestet für gut befunden jetzt von unten den klärungszug stechfarbe gefunden soweit wie geplant jetzt gucken wir mal was das für ein spiel ist und ich fürchte es ist fast das gleiche wie wir eben schon hatten fünf trümpfer eine vierer länge eine blanke in karo aber dieses spiel war natürlich in vorhand und deswegen kommt es ja auch nicht zu einem tempo problem darüber hinaus mit dem alten also ein zwischenzug mit dem alten möglich spieler eins also hier ein standardspiel vorschriftsgemäß fabriziert und deswegen auch leicht gewonnen so hier ist jetzt die nächste situation wo ich ja ein bisschen über die strenge schlage also den pick habe ich hier schon mal angetestet den siebten trump finden irgendein ass finden also es gibt ja schon durchaus hier fünf trümpfe und noch drei asse also acht karten die das spiel sofort so verstärken dass man es auch probieren möchte aber trotzdem war vielleicht sogar schon eine nuance zu viel riskiert anyway bin ich angekommen und spieler eins macht hier den krank und hat natürlich im aufschlag glück dass ich irgendwie schon sicher mit zwei bauern ist piksicher schon die die korrekte eröffnung versuchen hier die das blanke erst zu treffen versuchen die zehn hoch zu spielen ich hatte auch schon das gefühl ich kann es mir nicht erlauben den könig in den ring zu werfen so leichtfertig häufig fehlt dann mal ein bild und jetzt gewinnt er den krank mit 80 augen also ganz leicht war auch zwischendrin ganz routiniert auf die karo zehn erst einmal abgeworfen den zweiten obwohl es dann nur der könig war sofort gestochen also da sieht man mit dieser geschichte einlaufen lassen den zweiten erst stechen wird gegen so eine 4 2 karo konstellation eine spätere übergabe kaputt gemacht das hat spieler eins offenbar auch drauf und zwar im sekunden millisekunden bereich also spieler eins weiß glaube ich hier sehr genau wie dieses spiel funktioniert wir haben ja sowieso hier in diesem feld von 111 spielern wirklich sehr viele top spieler alles quasi was auf dieser plattform spielt und rang und namen hat ist fast ausnahmslos mit dabei und also hier wird schon sehr sehr guter skat gespielt davon kann man ausgehen und das ist das was wir hier auch sehen bisher letztlich soweit ich das beurteilen kann noch keine groben schnitzer spieler eins hat auch eine starke karte ich habe eine starke karte spieler drei kriegt nicht viel hat dann mal ein in den sand gesetzt gut spieler eins hat ja sogar inzwischen auch schon gegen meine starken trümpfe zwei spiele verloren aber der setzt hier nach und hat einfach das material so und jetzt sieht es so aus als ob er doch hier auch wieder in der bei karte einfach zu stark ist ja mein partner hat den rest der war ohne vieren aber er hat glaube ich voll gedrückt er hat beide trumpf vollen jetzt verstecken können gut wenn ich in den zweiten nicht verstecken was dann hat am ende noch den den trumpf über wahrscheinlich gut bin ich mir nicht sicher kann sein dass ich eben da dass sie dadurch dass sie noch einmal zum stechen angeboten habe dass das das spiel gekostet hat und jetzt guckt ist euch an jetzt kommt da wieder so ein feiner krank ist der schneider schwarz ich glaube schon wir haben noch nichts gemacht während ich noch so ein bisschen dem kreuz ohne vier hinterher sinniere war das wieder natürlich eine schöne geschichte spieler eins zieht davon jetzt aber meine chance nach einer gewissen kleinen pause hier auch wieder bei passe passe in ein schönes spiel reinzugehen ja kein buben und auch nicht herzass wie gewünscht aber die beiden 10er passten natürlich auch und das ist natürlich ein gang und wenn ihr natürlich meine videos kennt und die analyse von diesen oder jenen partien kennt gerade die verlustrechnung dann seht ihr natürlich sofort wenn ich die beiden bilder drückt ist ja auf jeden fall unverlierbar vier stiche in der abgabe selber aber nur vier luschen selber vier volle gegner können wo ich sogar noch ein könig gedrückt habe nur 57 machen maximum das auch der grund warum ich im herz dame runter drückt denn dass ich mit acht neun dame und dann noch einen potenziellen karo abgabe stiche schneider spiele ist doch sehr sehr schwer beziehungsweise sehr sehr selten und dafür dann auch die sicher auch sehr seltene chance den gegnern geben mit meiner dame dann doch irgendwie 60 zu erreichen das wollte ich natürlich nicht also gewinne ich hier einen gang mit zwei und wie ist jetzt der zwischenstand 752 von spieler eins überholt obwohl der schon zwei verloren hat das ist natürlich dann doch so ein bisschen so ein kleiner stachel irgendwie im fleisch das kann ja eigentlich nicht sein wie von spieler eins ich bin spieler zwei also spieler eins schon zwei platte und hat mehr als ich dich noch schön zu null stehe da müssen wir sicher noch was dran drehen aber jetzt darf erst mal spieler drei wieder einen zum besten geben so ich bin interessiert 21 in trumpf und garantiert hat mein partner noch ein trumpf stich in der hand wahrscheinlich sogar zwei muss an sich noch zwei buben haben denn sonst hätte der allein spieler sicher wenn er noch die beiden roten buben hat buben fortgesetzt also an sich muss mein partner noch zwei trumpf stiche machen jetzt karo zehn zwar blank gespielt aber ich habe ja auch noch herz ass und zehn ich darf glaube ich jetzt hier bloß keinen fehler machen und vollen verbrennen die brauche ich beide für trumpf also schön herz darm ein bisschen anfetten aber nicht den vollen riskieren sieben augen mit dazu ja okay ist die karo zehn weg aber jetzt kommen die trumpf stiche herz zehn und mit mein partner weiß herz ass habe ich auch noch der zieht aber direkt hinterher herz geht rein und naja das spiel war halt gegen die vier trumpf auch jetzt zu schwach ne 58 ist jetzt gar nicht mal so deutlich ausgegangen aber er hat letztlich hier fünf trumpf ass zu dritt ohne zehn als lusche und es stehen die vier trumpf er hat auch von oben direkt gezogen vielleicht war es hier hat ihm das direkt das genick gebrochen dass er mit kreuz bube losläuft dass er nicht hinten raus noch drum von unten spielen kann denn so kann er jetzt gar keinen vollen kontrollieren trumpf ass zehn geht weg herz aus zehn geht weg an sich diese vier vollen haben wir nur gemacht aber das reicht dann natürlich andererseits ist das spiel natürlich so oder so heikel der schnitt auf die karo zehn ist geglückt trotzdem wie gesagt ohne trump voll ist und nur mit zwei hohlen assen dabei hat es dann nicht hingehauen ja auch so grenzwertig aber eigentlich auch wieder nicht eigentlich wieder nicht ich denke absolut richtig hier zu passen ich schaue mir das ganze jetzt ja auch mit ein bisschen abstand an ist also zwei tage her ich habe noch so ganz grob im blick was hier passiert ist aber so ganz genau dann hat ein bisschen abstand ist ja schon also bin selber ein bisschen neugierig was hier passiert also erster trumpstich geht an mich ich habe irgendwie kein gutes nachspiel das ist gereizt mein partner hat auch noch ein bisschen gereizt ja und jetzt fällt mir auch wieder ein jetzt wird da überlegt es ist irgendwie ein bisschen undurchsichtig jetzt kommt herz bube und ich bin kurz am überlegen was haben wir denn überhaupt dafür ein spiel ist es ein fünf trümpfer das ist ein sechs trümpfer ja ich habe hier erst die die kreuz 10 gezogen und mich dann irgendwie wie ihr gleich sehen wird doch noch entschieden da mit dem peak buben rauf zu gehen nach motto ich denke es ist eher der fünf trümpfer falls mein partner rüber kann dann kann er auch noch warten und nicht dass ich jetzt hier einfach die kreuz 10 drauf legt und wir dann dadurch gar keinen trubstich machen herz bube aus als unterzug auch noch möglich und ja ihr seht ich ziehe die karolusche schon vor aber jetzt fällt von meinem partner der blanke kreuz bube und damit habe ich jetzt natürlich meine kreuz 10 eingestellt eine unglückliche entscheidung in trumpf wobei diese konstellation eben auch recht selten ist das im ersten stich kommt noch von unten der erste volle wird mitgenommen und im zweiten auf dem roten buben ist dann quasi die die 10 zu legen weil der partner den blanken dunklen buben hat ist nicht nicht häufig die konstellation kann auch mal anders sitzen gut jetzt komme ich hier auf karo noch zum überstich aber spieler 1 hat natürlich das hat den preis schild spieler 1 hatte eben auf die karolusche sein peak abgeworfen ich stelle ihn jetzt noch auf dem drilling in herz und die beiden trümpfe das ist auch so hier kommt naja was will er uns hiermit sagen wir wissen doch alle dass er jetzt noch drei herz hat also dass er den könig abwirft das ist natürlich blödsinn wahrscheinlich hat er entweder zehn noch zehn und dame in der hand und will mich bluffen oder erst könig dame vielleicht sogar als könig sieben ist natürlich ein bisschen niedlich aber okay ist ja nicht verboten man versucht es mit allen mitteln er weiß ja auch nicht vielleicht dass ich das hier schon ausgeschaut habe letztlich ich glaube wir können nur gewinnen wenn herz erst noch bei unserem partner ist das ist wohl nicht der fall wie dieser stich zeigt und ja am ende des tages hat er hier ein sehr schlechtes spiel gewonnen also wenn ich den in trumpf nicht mitnehme dann kann er den glaube ich nicht gewinnen er hat letztlich sechs trümpfer ohne zweien und ohne trumpf voll ist herz als könig dame blanker piek in der hand ja auch also nicht glücklich getroffen auf keinen fall glücklich getroffen ob man es jetzt alles wissen kann oder muss überlasse ich eurer bewertung schön für spieler eins dass sein lauf hier nicht gerissen ist ein tick überraschend für mich dass er überhaupt so ein schlechtes spiel jetzt genommen hat wo er auch sehr gut stand aber gut mit dem instinkt sechs trumpfen ass kann man ja machen im lauf auch sowieso drauf wie es so schön heißt und ja hat gehalten hat gehalten für spieler eins so der saß jetzt ausgesprochen artig muss man auch sagen dazu noch den kreuzkönig hochgespielt bekommen also spieler drei klar ich mache jetzt hier gleich den pkönig stich will ich den nee den will ich gar nicht weil es uns nicht aus dem schneider bringt und war kein voller mehr drin ich hatte den letzten vollen der lief also auch ganz schön gucken wir kurz auf den zwischenstand 910 spieler eins ich liege gut im rennen 792 wenn du auf 24 spiele wenn man die 800 machst also 100 pro drei spiele 100 pro päckchen dann wirst du hinten raus sehr wahrscheinlich hier unter die top 5 auf jeden fall unter die top 10 kommen also wenn man diesen schnitt zu halten kann dann ist alles in ordnung so und was ist das ja es ist ja noch nicht vorbei wir bekommen doch wir müssen nur geduldig sein was für ein schönes ding ja in vorhand natürlich grange wer in hinterhand ich habe es so tangiert die chance diesen grange wer zu gewinnen liegt wohl so knapp bei 80 prozent denn du verlierst ihn natürlich nur wenn im aufschlag jetzt sehr wahrscheinlich herz 7 kommt und gestochen wird oder halt peak auf den tisch kommt und gestochen wird wenn wir peak mal ausschließen weil es unwahrscheinlich ist die chance dass das in herz passiert 50 50 über den daumen das herz 7 in mittelhand sitzt 50 50 das pik bube karo bube in vorhand sitzt und noch ein paar prozent dass einer davon liegt aber ich habe es mir hinterher angeschaut ich hätte diesen grange wer tatsächlich verloren also herz 7 sitzt in vorhand karo bube sitzt in mittelhand ich habe ihn natürlich nicht gespielt nicht in so einem turnier sondern ein sehr schönes 192 spiel hier mitgenommen schneider angesagt schwarz gespielt und jetzt liege ich mit sechs zu null spielen also mit ganz bescheidenen hier noch kurz die kontrolle ist herz 7 vielleicht im stock nein war es nicht so musste ich mir den stand hinterher nochmal anschauen ja also mit sehr bescheidenen spielanteilen im prinzip sechs zu null ist jetzt auf acht päckchen nicht besonders viel ein sehr schönes ergebnis 1034 den tisch dann den tisch sieg spieler eins dann doch noch abgeluchst wobei das natürlich wenn man so will ein uninteressanter zwischenstand ist und ja ein bisschen spoiler alarm wer noch nichts von endergebnissen hören will vielleicht mal zehn sekunden muten also spieler eins den ich hier am tisch habe ist am ende unter den top drei gelandet ist dritter geworden also auch ein sehr guter spieler sehr vernünftiger start auch in das turnier und ich beende diesen ersten versuch hier mit 1034 6 zu 0 ja und dann schauen wir die nächsten tage wie es mir in den anderen serien ergangen ist bleibt so schön bleibt dran und wie immer gut blatt